Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa, wir spielen Dead Space 3 im Koop bei uns auf dem Sofa und wir lassen das mit dem Singen besser. So, wir haben wieder was auf die Fresse gekriegt. Ja, Details. Müssen wir hier rauf? Ich gehe hier einfach so mutig die Treppe rauf. Ja, müssen wir. Wir sind immer noch in dieser Nebenmission, richtig? Ich hoffe, wir müssen es nicht backtracken, weil der Weg ist nicht lang. Ja, wir bergen immer noch alles, was bei der Säuberung da entstanden und überstanden. Ja, durch diese große Tür musst du es durch. Wie heißt das denn? Handelskamera? Stasiskamera. Nicht schon wieder. Das wäre einfach. Ja, haben wir doch gebaut, dass es geht. Schön. Schönes Ding. Es ist so ruhig hier. Oh oh. Oh oh. Was ist? Was ist? Da kommen ratiert Gegner, wenn das Ding nicht gleich aufgeht, siehst du... Was? Das ist das, was ich meine. Treppe hinter dir. Jo, alles gut. Doch, die... Lass mich los. Ey. Ey. Was? Das war so klar, dass wenn die Tür nicht sofort aufgeht, dass da wieder Ärger kommt. Eine Bank. Juhu, eine Bank. Jetzt habt ihr echt ein Problem. Was? Die Zuschauer haben ein Problem. Sie müssen uns ertragen, wie wir in die Bank reingehen. Ja. Du willst wieder was bauen, richtig? Ja, ich habe einen Chip gefunden, den ich einbauen wollte. Ja gut, das geht ja ganz schnell. Äh... Ich wollte in die Bola... Nehme ich noch einen Clip plus Schaden. Zwei Schaden einnachladen. Hätte ich gerne zwei Schaden plus... Es gibt kein zwei Schaden plus... Zwei Schaden plus... Zwei Scheiden? Zwei Scheiden plus... Äh... Scheiße. Also die Goldenen sind ja mittlerweile schlecht, weil die haben ja nur zwei Schaden, während Schaden mittlerweile plus zwei plus irgendwas ist. Also... Hm. Schadenfeuerrate. Was darfst du denn hier nachladen? Das ist eigentlich viel cooler, oder? Äh... Schaden und Feuerrate. Schaden... Wieso habe ich keinen zwei Schaden plus irgendwas? Habe ich nicht. Wie geil ist das denn? Ich habe hier so viele Chips. Ich glaube, man könnte auch mal wieder welche einschmelzen, oder? Eigentlich gute Idee, oder? Es ist richtig viel was, ne? Klar. Wie schmäße ich die ein? Weiß auch keiner. Ist auch egal. Y. Aha. Ja, weil mittlerweile sind die plus zwei plus eins viel besser als die Goldenen plus zwei. Ganz ehrlich. Also nachladen und einen Schaden, das baue ich ja nie wieder ein. Das ist ja Quark. Ja, aber selbst die Goldenen sind ja blöd, weil plus zwei Schaden ist ja viel schlechter als plus zwei Schaden plus irgendwas. Ja, und die negativen Teile baue ich auch aus. Das ist auch ein kleiner Humbug hier. Plus zwei Schaden plus... Was ist das, was ich da unten habe? Äh... Achso, das ist nur die Kettensäge. Das ist ja eigentlich fast egal, oder? Ich habe das eingebaut. Scheiße. Haha, fuck. Gut, für die braue ich eigentlich nix. Das stimmt schon. Da kann ich einfach den reinsetzen, dann ist die... Die auf Max, weil mehr muss sie ja nicht machen. Das ist ja nur dieses Drehgestell braucht nur Schaden, Schaden, Schaden. Okay. So, oben habe ich Schaden nachladen, Nachladen Feuerrate, Schaden Clip einschmelzen, zwei Clip einschaden, zwei nachladen, zwei nachladen. Du kannst sagen, dass du nicht einschmelzt, sondern mir gibst? Ich? Ja. Wieso? Hast du gerade was versucht einzuschmelzen? Ich schmelze gar nichts ein momentan. Achso, weil ich habe das Gefühl, dass die Liste immer länger hat. Was ist hier los? So, ähm... Schon wieder? Haben wir ein gemeinsames Platinen den ganzen, wenn ich die auswechsel, dass die bei dir auch erscheinen? Nein. Ich hoffe nicht. Das wäre krass. Wenn die Ressourcen auch geteilt werden würden, das wäre scheiße. Feuerrate. Ach, der ist auch voller Schrott. Das ist richtig viele Ressourcen, die ich gerade hier reinhauen, oder? So, und der Flammenwerfer. Schaden nachladen, Schaden Clip. Nachladen... Ne, den machen wir noch einen anderen rein. Dann machen wir einen Schaden rein. Der hat ja voll den Schaden nur. Was ist besser? Feuer oder Säure? Ich packe da mal Säure rein. Kann ich die Dinger, diese ganzen Upgrades nur in dem Menü der Upgrades vernichten oder woanders? Nö. Vernichten kannst du die da oder auch mit dem anderen, das ist egal. Oh Gott. Quark. Verkaufen. 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 Den brauche ich... Den brauche ich auch nicht. Was mache der eigentlich hier? Ich wollte noch wissen, was der leere Rahmen macht. Was... Wer macht? Es gab noch einen neuen Rahmen, da konnte ich einmal bauen und überlegen. Wir haben noch einen so kamischen merkwürdigen Rahmen gefunden. Ja, genau. Was macht der Rahmen? Das ist eine gute Frage. Was macht der Rahmen? Gehe ich in den Rahmen rein. Ein kompakter EarthGoth-Rahmen. Ein kompakter Rahmen mit eingebauten Upgrades. Und was macht der? Ja, welche Updates sind das? Ja, warte mal. Dann mache ich meine neue Waffe. Komm, schau mir das mal an. Kompakter. Kompakter ist eine Pistole. Das will ich auch nicht. Kompakt ist doof. Obere Platinen, ach so. Man kann schon sehen, wie viele Platinen oben reinpassen. Der schwere Elite-Rahmen, der Haussegern, den du oft benutzt, hat vier oben und unten Platinen. Und dieser kompakte EarthGoth-Rahmen hat eingebaute Upgrades. Und oben eins, unten eins. Ich vermute mal, du kannst nur zwei Chips einbauen. Was ich jetzt nicht so toll finde. Aber der Rest ist ja standardmäßig schon irgendwas eingebaut. Nee, die sind dazu. Dong, 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 den dazu gebaut. Kannst du nicht einbauen. Ach so. Ich dachte, da wären schon zwei voll. Ja, es sind schon zwei mit eingebauten Upgrades. Also Mehrzahl. Ja, genau. Das heißt, du kannst noch zwei dazubauen. Dann ist ja okay. Das passt auch. Ja, aber du hast jetzt vier oben, vier unten. Hier vermute ich aber, dass du eher zwei zwei hast und zwei sind schon voll. Also wozu brauche ich verschiedene Rahmen? Sonderrahmen. Muss man eben gucken, wie viel Moon ich jetzt in den Waffen drin habe. Ob das deutlich schlechter, besser geworden ist. 50 ist noch gleich. So, 50. Okay. Vielleicht brauche ich da noch einmal was mit Clip rein. Ja, okay. Dann ist das so. Dann bleibt das so. Ich bin fertig. Militärantrieb. Das ist doch diese... Hm? Telemetriebolze. Ein Bergbautool. Das ist ein Gehörter der Legion. Die schießt so die Stecken an der Wand. Das hatte ich doch mal, das Ding. Ach, das sind die deutsche Festnagels. Genau, so wie eine Harpune. Ja, ich lasse das jetzt mal so. Hast du deinen Tresor aufgeräumt? Ach, mein Tresor. Ich habe nicht so viel im Tresor, wie du. Da ist nichts zum Aufräumen. Wenn sie mal gucken mögen. Stimmt. Ich habe nur so drei Sachen zum Verkaufen und der Rest ist nichts. Ich habe aber wieder keine Moon, wie ich das so sehe. Das ist natürlich ein Problem. Vielleicht sollte ich die bauen. Ja, gut, dass ich das gesagt habe. Wann bin ich? 6.000? Du hast 6.000 Altmetall? Ich habe doch gerade die Clips verkauft. Die Upgrades-Clips. Stimmt. Da ist richtig viel drin wahrscheinlich gewesen. Ja, ich müsste ja auch mal gucken. Nee, guck ich jetzt nicht. So. Was war die Mission? Immer noch die Zeitmission? Immer noch die Zeitmission. Immer noch die Zeitmission. Wir müssen da landen. Oh, mir sind ein bisschen viele Roboter unterwegs, glaube ich. So. Es pingt immer hier. Das bist du. Ich pingle nicht. Ich bin nicht pingelig, weißt du? Oh. Mein. Gott. Wieso hat man nur zwei Waffenslots? Das ist echt erbärmlich eigentlich, oder? Wir wollen das so. Das ist so gewohlt. Also ein dritter für eine Shotgun. Das wäre auch mal ganz geil. Was ist? Hey. Was ist? Das ist ganz geil. Du hast nicht wirklich gesagt, was ist, oder? Reload. Er läuft hinter dir her. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Also weit baue ich dieses Scheiß-NG aus. Hey. Kann ich zu. Aufsah Reload. Ich habe ihn kaputt getreten, oder was? Wie geil ist der denn? Kopflos. Kopflos durch die Nacht. Ey, sind schon tot. Alles gut. Doppelt hält besser, glaube ich. Also der Shotgun würde ich mir echt gut tun, glaube ich. Also da hätte ich echt mal, ohne dass man so einen alten Lasercutter, der richtig schießen würde. Das wäre auch mal cool, oder? Wieso? Nimm doch einfach die Kettensäge statt der Shotgun. Das ist auf die gleiche Distanz genau richtig gut. Die Kettensäge... Textlog. Hören wir uns nicht an. Ah, lass mich raten. Ich habe keine gebaut, richtig. Wolltest du das mal sagen? Wo ist ich hin? Da hat mich. Chamber Access. Oh. Cool. Wir haben einen Plan? Ja. Zieferlrohr mit vollem Zoom. Das ist nur das zweite Marschrohr jetzt. Nein, dann wird es überdrüssig hier, ne? Oh, zwei Clip plus Feuerrate. Immerhin keine 2 plus, sondern, also immerhin eine 2 plus irgendwas, statt eine 2 minus irgendwas. Die sind immer... Ja, die haben ja alle schon verkauft. Die... Ich auch. Die... 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 Hast du schon mal Clip plus Schaden gesehen? Plus 2 Clip plus 1 Schaden? Ja. Ich irgendwie nicht. Kann man aber bauen. Glaube ich. Stimmt. Ich glaube, kann man bauen. Ich glaube, ich habe einen. Oder ich habe es eingebaut, ich habe es nicht gemacht, gepeilt. Ja, das ist wie üblich. Kann natürlich sein. Ach, ja. Fahrstuhl. Die berühmte Fahrstuhl-Action hier. Machst du das eigentlich auch, wenn du im Fahrstuhl stehst, immer dein... Nachbar verfrügelt? Ja. Einfach so. Stehst du im Fahrstuhl und dann, guten Tag. Guten Tag. Ist ein Gang. Toll. Alter Schwede. Lange Nebenmissionswege hier. Dü-dü-dü. Dü-dü-dü. Was machst du eigentlich? Meinen letzten Roboter absetzen, der wieder ein cooles Symbol hatte, dass er viel findet. Oder so. So. Aber jetzt machen wir sie platt. Sieht nach Endraum hier aus. Oh. Nicht laden. Hinter dir. Nicht da hingehen. Ich bin nur hin und her gerannt, weil aus allen... Mein Roboter fährt hier wieder lang. Guten Tag. Weil aus allen Richtungen kam einer. Ein blöder Sack. The Blitzsack, you know. Blöde Säcke. Was mache ich hier? Gar nichts. Ohne Bench. Oh, nee. Echt jetzt? Jede Bench, die wir treffen, ich auch, nutzen wir. Ach stimmt, du hast recht. Ich wollte ja gerade die Clips austauschen. Plus zwei Schaden plus ein Clip. Da, ich habe ihn. Okay. Also. Stimmt. Zwei Schaden plus ein Clip habe ich auch. Plus zwei. Ja, plus zwei plus zwei haben wir keinen. Zwei Clip plus ein Schaden habe ich auch. Du hast recht. Also. Äh. Clip. Äh. Und zwei Clip. Nee. Ein Clip. Zwei Schaden und ein Clip habe ich auch. Äh. Kannst du auf mich warten? Nein. Kannst du trotzdem auf mich warten? Nein. Dich kann man nicht warten. Was ist hier drin? Zwei Schaden, irgendwas. Zwei Schaden, ein Clip. Mein Sucher-Bot wartet in der Bank. Ich muss hier basteln. Du bist hier eingekehrt, oder was? Mein Sucher-Bot wartet in der Bank. Soll ich denn machen? Sind alle wieder da. Kann noch nichts dafür. Ach. Meiner ist noch nicht so hergekehrt. So. Absetzen. Ach, das muss ich auch noch mal aufräumen hier. Wir haben mein Tresor vergessen. So. Können wir jetzt eigentlich mal los? So, ich warte nur auf dich. Die ganze Zeit schon. Wo bist du eigentlich? Da, wo wir hin müssen. Ah, du bist schon weitergelaufen. Er ist schon weitergelaufen. Hier liegt noch mehr Schrott rum. Ich kann nicht aufgenommen haben. Hier hatten wir mal einen schönen Fight. Das ist doch Mission Recycling hier. Ja, das ist Mission Recycling, ja. Ja, da in die Mitte. Wollen wir wieder den gleichen Platz einnehmen wie beim letzten Mal? Der ist aber hier irgendwie anders, weil er vier Zugegänge hat. Welche meinst du denn? Da oben. Da haben wir gestanden. Und? Kopfdix. Wollen wir das zusammen machen? Ja, rechts und links ist so ein Ding. Weil du wieder getrödelt hast. Ich dachte, du bist... Wollen wir wieder zurück? Oder sollen wir hier irgendwie... Nein, ich will da oben wieder hin. Auf jeden Fall. Okay, drei, zwei, eins. Äh. Hat das funktioniert? Ja. Ja. Sieht ganz danach aus. Hast du dich wieder in die Luft gesprengt? Was? Ich habe mich jetzt in die Luft gesprengt, weil neben mir war... Was hast du da gemacht? Ja, es war nicht die Kettensäge. Ey, wie kann man nur... Wie kann man nur... Kann ich dir sagen, wie das geht? Ganz einfach. Ja, Dummheit, oder? Nein. Sonder, wie nennt sich das? Dummheit? Taktisches Vorgehen. Um sich selbst zu töten, braucht man kein taktisches Vorgehen. Ja, ich habe mich gerettet. Glaubst du mir das? Nein. Schade. So, jetzt nochmal hierher. Mein Sucherbot wartet in der... Ey, die Dinger sind so schnell bei dir. Das ist so eine Scheiße. So, los geht's. Nein. Oh. Deal. Bist du bereit? Ich drück schon die ganze Zeit. Es kommt. Öl vorbei geballert. Au. Was war das denn? Noch so ein Ding. Noch so ein Ding war es. Tern, schieß doch ab. Reload. Ich brenne die ganze Zeit. Warum brennen die Typen nicht weg? Danke. Ey, Maka. Jetzt sind... Hier ist doch ganz schneller. Ja, ich habe schon auf ihn geschossen von hier hinten. Das war super. Scheiße. Äh, jo. Ja, konnte ich nicht tun. Jo. Alles gut. Was machst du denn da? Reloaden. Warum? Wuh! Da. Gute Waffe. Das ist nicht die Waffe, das ist der Spieler. Ich bin da weg! Ey, ey, lässt mich nicht raus! Okay, mein Flammenteil habe ich besser gefunden. Das gibt's doch nicht! Hier wieder Metzler. Ey, Maka. Jetzt ist ruhig. Auf einmal ist dann die Welle vorbei. Da ist die Kiste zur Belohnung. Wir sind fertig. So, Maka noch einpacken hier. Hier geht immer was rum. Das ist doch gleich noch aufzusammeln, ich will erst die Kiste haben. Warte auf Partner. Ich stehe daneben, was willst du denn? Hallo? Jetzt ist es da. Eine komische Steuerung. Eine komische Steuerung. Eine komische Steuerung. Nicht komische Steuerung. Eine komische Steuerung. Und ein Kompressor. Und mein Sucher-Bot ist wieder da. Ey, das geht mir so auf den Sack, mein Sucher-Bot. Hast du schon vier Stücke oder hast du drei? Mein Sucher-Bot geht dir auf den Sack. Hm, wo rennst du eigentlich hin? Sag mal. Ziel erfüllt. Wir sind durch. Munitions-Sammler. Ja. Richtig. Und ein Prästitions-Spitze. Zurück müssen wir jetzt. Auf. Nee. Noch. In diesem Koop-Raum da. In dem Koop-Raum. Ja, genau. Der Fahrstuhl geht da oben und das dann direkt dann da, wo wir gehen wollen. Oh. Ja, war doch einfach. Kleine Drecksäcke sind das, oder? Ich glaube, ich brauche nochmal eine Shot. Also sie ähneln sich schon sehr. Bis auf diese, wo du immer halluzinierst irgendwie. Aber ansonsten sind die schon sehr ähnlich. Die Räume sind auch ähnlich. Ja. Aber man kriegt Kohlen Loot. Wobei einiges haben wir auch doppelt dadurch bekommen. Muss man auch so sagen. Also das findet man anscheinend woanders auch. Kann es verwerten. Dann kannst du wieder Sachen daraus bauen. Okay. Munition zum Beispiel. Okay. Ja, genau. Also Munition ist echt irgendwie so ein bisschen. Oh. Mein Sucher-Bot fragt jetzt zu Hause. So ein bisschen. Mau. Ja, das hätten sie jetzt ein bisschen besser machen können. Da hast du schon recht. Äh, Gegner. Äh, äh. Äh. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Das war jetzt etwas unerwartet. Nein, nicht Reloaden. Ey. War was? Alles gut? Ist das immer fies? Weil man denkt so. Ach ja, hier passiert jetzt auch nichts mehr so viel. Dann tritt man ein. Kommt hier ein. Tritt man voll in den Sack. Scheiß Viecher, ey. Äh, 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 äh. Gibt man eigentlich nicht schief, wenn man alles ausbaut, sag mal? Keine Ahnung, aber... Ey, es ist schon wieder alles weg. Alles, was ich an Stase drin hatte, ist weg. Ja, das ist kacke, ja. Das kann ja gar nicht angehen. Das ist echt Mist. Also jetzt habe ich alles ausgebaut und was ich in Stase drin habe, ist wieder weg. Ich habe da alles reingepumpt gehabt, die Punkte sind alle wieder weg. Ich kann auch nicht ohne Ende meine Sachen da reinstecken. Lass es einfach sein, ja. Das ist falsch. Ja, aber Stase, lange und weit und so weiter. Ich hatte alles ausgebaut. Ja, ich verstehe den Vorteil dieser Geschichte. Ey, kacke. Das ist doch scheiße. Das ist echt Mist, ja. Lieber Entwickler, sowas ist kacke. Weil darüber regen sich Spiele auch echt auf, wenn du einen Anzug ausbaust, da Metalle reinstecken musst, also Materialien, und das dann wieder weg ist. Und du im Prinzip wieder Material reinstecken musst, um es nur kurz zu haben. Ich würde gerne mal wissen... Das ist dumm. Das ist dumm. Ey Mann, was habe ich hier alles gekriegt. Hast du auf beiden ein Maschinengewehr drauf gebaut? Ja, aber unterschiedliche. Oh, sag mal her. Hallo. 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 Sag mal her. Ne, das will ich nicht sehen. Was wirst du nicht sehen? Geh mal raus. Zwei nach links. Reingehen. Sag mal den hier. Militärantrieb. Habe ich bei dem auch. Ein Marodeur-Repetierer ist das. Ach so. Marodeur-Repetierer. Habe ich sowas schon irgendwie rumliegen? Nein. Was habe ich eigentlich hier oben noch für andere Boosts? Sag mal eben. Ich habe noch nicht meinen Plan dafür. Kannst du mal sehen. Die sind tatsächlich unterschiedlich. Was ist denn das hier überhaupt? Ach so, da kannst du die Zielfernrohre einbauen. Das brauche ich ja nicht. Okay. Okay. So. Und bei dem hier ist auch der Marodeur drin. Allerdings hat der dann die Spitzen, glaube ich, waren anders. War das nicht so? Ach so, die Spitze? Ne, die Spitze war auch so. Die Elite-Rahmen. Das Oberst du ist Militärantrieb. Habe ich auch. Und dann hast du die Spitze mit Marodeur-Repetierer. Ja, aber die haben extremst unterschiedliche Musen. Das liegt an der Erweiterung Nummer zwei. Säure-Batt hast du bei dir. Ach so. Da, ja. Okay. Und ich habe eine Stasisbeschichtung drauf. Die habe ich auf dem anderen auch drauf. Ja. Und einen Schadensboost habe ich auch drauf, ja. Ja, das ist ja interessant. Was habe ich da denn überhaupt? Medizinische Hilfe. Ja. Wenn du dich heilst, heilst du mich auch. Ah. Ah. Habe ich von meiner Meinung auch drin, ja. Das ist ja kacke. Ich kann diese Spitze nicht bauen, die du hast. Aber Schadensboost ist auch für beide, sehe ich gerade. Was? Erhöht Waffenstand für Spieler und Partner. Das ist auch nicht blöd. Das ist auch nicht blöd, ne. Ja, aber ich habe ein Schadensboost, einmal Heilung. Also insofern alles gut. Ich bin zufrieden. Ich bin auch so ein Marodeur. Mano. Das ist schon wieder neidisch, ne? Oh, guck mal. Ich habe keine Moonpacks mehr. Nur noch kleine, die ich jetzt vernichte. Und ich muss jetzt noch ein paar Moonpacks bauen, fürchte ich. Äh. Ich habe noch nichts gemacht. Ein Repetier. Da war ich nicht glücklich mit. Wo ist mein MG? Gott sei Dank habe ich ein bisschen von Somat-Gil. Da war doch was, ne? So. Äh. Stadensbeschichtung, Schwebefeld. Ich wüsste nicht, was ich jetzt hier noch machen würde. Können wir Rahmen verkaufen. Ich könnte ja mal aus Spaß mal ne Schotty bauen. Kannst du es aus Spaß auch sein lassen. Ein schwerer Elite-Rahmen. Und da packe ich rein. Äh. Produziert ein zufälliges Shotgun. Boink. Und das untere Teil. Boink. Was ist denn? Pneumobrenner rein. Guck mal, auch drei verschiedene Möglichkeiten. Standard-Spitze ist ein Flammenwerfer, ne? Leistungsgeschichte, Magnesium. Nachbrenner. Weißt du, welchen Flammenwerfer du hast? Nee, ne? Gibt es da unterschiedliche? Ja, drei Stück habe ich hier. Was? Ah, ich habe einen Kyrobrenner. Die Leute einfrieren mit. Ein Flammenwerfer, der alle Leute einfriert. So, jetzt bin ich gespannt. Der ist ausgebaut. Stase ist nix. Ja, stecke ich da noch mal was rein. Weiß auch keiner, ne? Äh. Stase ist nix. Ey, geh weg. Ich bin. Ach. Geh tiefer dahin. Geh da rüber. Ja, der ist. Der ist ausgebaut. Ich kann ja die Maschine erst abhauen. Ich habe keine Sachen drauf. Keine Säure? Flammen-Lasure-Schadens-Boost. Da, 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 da! Wir sind da basteln. So, ja, wir basteln und basteln und basteln. Du bastelst, ich bastelst. Stimmt, du hast auch recht. Ich mach gar nichts. Dann basteln sich eine neue Waffe mit dem restlichen Zeug, was ich hier noch so habe. Der Flammenwerfer. So, was auch, irgendwas da reinkacken. In der Zeit fahr ich da mal ein bisschen S-Bahn. Speicherort wählen. Ich kann tatsächlich ohne dich abhauen, glaube ich. Ja. Nö, ne? Ja. Ist ja geil. Gelockt ist das. Ja, da können wir irgendwie nicht hin, zu den dreien. Können wir zwischen den beiden hin und her. Die U-Bahn-Station. Bist du endlich fertig? Bist du endlich fertig? Er ist fertig und wir sind fertig. Fertig. Bevor er eben noch eine weitere Stunde beim Basteln zuguckt. Was würde ich sagen? Sehen wir uns beim nächsten Mal. Denn es hat er ausgebastelt und wir ballern uns wieder ein bisschen durch. Nein! Abo nicht vergessen und so. Und Daumen hoch und so weiter. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.